hallo zusammen wir können wieder liefern und zwar zu den batterien haben wir natürlich ein ladegerät das 20 ampere das kommt aus china aber dieses ladegerät hier das 40 ampere von mindell ist wieder lieferbar und war haben wir das seit november nicht mehr weil wir hätten im september oktober hätten sollen bekommen war nicht elektronik keine ahnung das ding kommt aus taiwan ist das anschlusskabel schweizer stecker um wichtig das ladegerät ist absolut geräuschlos das hat also kein lüfter wie zum beispiel dieses hier hatten sehr guten wirkungsgrad ich verlinke euch natürlich in der endkorb ein video über dieses netzgerät auch die preisliste von den netzgeräten verlinke ich euch unten aber jetzt schauen wir noch unser lager shop an was sich da bewegt hier entsteht unser lager shop und man kann im hintergrund auch die toilette erkennen es ist hier noch ziemlich leer aber hier sind dann ja netzgeräte ladegeräte wechselrichter auch gebrauchte ladegeräte also da heißt oder auslauf modelle die wir nicht mehr haben ist noch nichts beschriftet der laden ist auch nicht offen aber es kommt wir sehen wir haben hier noch regale jetzt sind wir auf 15 meter und gesamthaft kommen dann hier etwa 50 meter natürlich kommt auch dieses ladegerät in diesen lager shop da kann man schauen was wir haben nicht nur die neue geräte eben wie auch erwähnt die auslauf modelle die wir eigentlich jetzt nicht mehr im sortiment haben ja schnäppchen ihr müsst vorbeikommen und schauen ich mache euch hier beschrieb über das ladegerät dass das teil sogar unter wasser funktioniert und ich wünsche euch einen schönen tag